Ich hatte die Bühne schon. Susi ist dran. Ich hab keinen Bock. Susi, möchtest du heute über deine Gefühle sprechen? Nein, möchte ich nicht. Ich hab auch überhaupt keine Lust auf diese ver***ten... Das ist alles hier ver***te Scheiße. Wow. Du bist so ein Scheiß-Coach. Das bringt überhaupt gar nichts hier. Kannst du mir überlegen, was du mit deinem Leben anfängst? Als Coach hast du richtig ver***t. Tschüss. Läuft jetzt nicht. Sie wollte nicht mehr zurückkommen. Interessant, dass sie ausgerechnet jetzt diese Gefühle ausdrückt.